Hallihallo liebe Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Flucht 3 gemeinsam mit Paluten. Hallo! Da ist mir gar nichts zu sagen. Bewertet sehr gerne das Video und schaut doch in die Beschreibung, da ist er verlinkt, aber wo ist er denn? Ja, ich bin wieder da. Achso, na gut. Schaut doch in die Beschreibung für die tolle Playlist, falls ihr ein paar Folgen verpasst haben soll. Ja, ist richtig. Alter, was ist denn falsch? Mann ey, komm mal mit Palette, komm mal mit. Ja, ich komm mit. Du kleines haariges Ding. Okay. So, ist hier jetzt ein Erwachsener? Hallo? Ich glaub der ist geflüchtet. Ah, ne, da ist er. Ja, es ist, da liegt, da ist das Bob. Bob, lass mal pennen, lass pennen, lass pennen. Wir haben so viele Kinder. Kannst du mal bitte aufhören? Tut mir leid. Bob, da hat er Wilsmark dafür. Ist ja echt schlecht. Hm. Ach egal. Wir hätten hier noch weitere Kinder. Ja, ist egal. Ja, scheiß drauf. Ich kann ja mal Brote. Ja, ich hab drei Steaks, nice. Erdn Level. Komm, komm, level ab jetzt. Danke, Erdgirge. Ja, da ist es. Oh, schön. Oh, lecker. Ich hol mal einen Namen für die Kinder. Okay, Mama. So. Mama? Ja, ein paar Äpfel und Steck. Lecker Schmecker. Und das ist jetzt ein Löffel? Ne, jetzt aber, ne? Reicht das? Bob? Oh, es reicht auch vorher schon. Upsala. Es wäre so cool, wenn ich deine Mama wäre. Oh, nein. Ich hätte... Können wir Bob bitte einfach umbringen? Nein. Ich habe gerade 30. Mark den reingejudelt. Warum? Und er verkauft einfach nur Müll. Ja, es ist halt Bob. Was erwartest du von ihm? Ja, stimmt. Also... Ja, und er hat seinen Job noch. Ich hatte recht mit der Theorie. Okay. Okay. Ähm... Weitere Namen? Ähm... Wir müssen auch mal ein paar Ladies jetzt so reinbringen. Ja, ja, ja. Ähm... Ursula hätte ich bitte gerne. Oh, oh. Oh ja, finde ich gut. Meine Omi hieß Ursula. Okay, warte. Agathe. Warum haben wir denn noch keine Agathe? Agata? Nein, Agathe. Agathe, okay. Agathe war unser, die so geflogen... Äh... Genau, genau. Haariger Willi und Agathe. Ja. Das war aus Ark. Agathe, ja. Okay, dann hätte ich gerne noch Yennefer. Ja. 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 Und... Ich gebe dir mal ein bisschen Essen. Und Mama. Mama. Ja. Ja, ja, warte. Hallo. So, du bist Mama. Ach, Mama. Oh, Maudado, Mama. Dann ist hier... Du bist Yennefer. Du bist Agathe. Boah, wie hast du das denn geschrieben? Gibt es den Namen? Ursula. Ursula, nice. Welchen Namen? Ja, Yennefer. Ja, Yennefer ist von... The Witcher. Nimm. Ach so. Auch so geschrieben? Ja. Yennefer von... Oh nein, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mit R fängt das an vielleicht? Von Vengaberg. Okay, also doch nicht. Perfekt. Ja, komm mal mit jetzt, ne? Ja. Ah, ich habe genug Level. Wow. Wowie. Ach, Iggy passt weiterhin auf uns auch. Ja, da. Ui. Ich habe keine Level mehr, weil ich irgendwie immer ständig die Leute fertig machen muss. Ich habe auch nur noch 15 Level. Oh nein, wow. Uuuu. Hä, was war das jetzt? Das war mein geheucheltes Mitleid. Aha. Guck mal, da ist Mama. Hallo Mama. Wasser... Wasseraffinität. Oh mein Gott. Was? Ist Weihnachten? Do they know it's Christmas time at all? Ja, okay. So, komm mit Ballade. Ja. Wo bist du? Ach da. Ja. Hallo. Hallo. Ich will dir dir mal zeigen. Echt? Was denn? Mach die Tür bitte zu, sonst füchten unsere Kinder. Du hast mir gar nichts zu sagen. Danke. Komm mit. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Oh, da ist ein Pfeil. Oh lecker. Da ist ja noch ein Pfeil. Da wurden mir gerade Pfeile geschenkt. Ne, ich will doch schon seit tausenden von Jahren... Alles klar. Da ist wohl noch ein Skelett übrig geblieben. Ja. Äh... Ich will schon seit tausenden von Jahren... Ey! Äh... Darüber, um mal zu gucken, was aus meiner alten Mobfarm geworden ist. Äh, die Sche... Ey. Gibt's die überhaupt noch? Also... Ne. Mit der Portal Gun. Oh. Wir haben keine Portal Gun. Ja, aber man kann... Da ist halt einfach ein paar Blöcke. Da, 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 da. Ja, ein paar. Okay, also zwei Stacks wahrscheinlich. Oh man. Oh man. Könntest du einmal da hinten die... Oh. Die Bäume fällen? Äh... Warte, lass mich kurz nachdenken. Äh... Nö? Äh... Äh... Nein, mach ich natürlich. Wir brauchen Holz für Leitern. Immer muss ich die Scheiß-Tricksarbeit machen. Ich mach doch die Tricksarbeit. Vor allen Dingen, das sagst du mir jetzt, wo ich drei Kilometer schwimmen muss, um an Holz zu kommen. Hä? Ist doch direkt neben dich. Nochmal. Ist nicht direkt neben mir. Finde ich aber schon sehr nah. Also... Ne, also finde ich nicht. Darüber treibst du jetzt aber... Ja, aber... Ja, aber warum... Warte mal, wenn's so nah ist, warum muss ich das machen? Warum machst du das nicht selbst? Weil ich schon eine andere Aufgabe habe. Welche ist die Aufgabe? Blöcke sammeln und dann nach oben bauen. Und dann kommst du von unten und kommst nach oben, indem du die Leitern dransetzt. Ja, wir können doch auch einfach so uns mit Blöcken hochbauen. Ja, dann kommen wir einmal hoch und nie mehr. Denk doch ein bisschen an deine Zukunft. Du kannst doch auch mit den Blöcken einfach eine Treppe bauen. Ja, aber wie nervig ist das denn? Du bist nervig. Deine Mutter. Sag mal... Du bist... Du bist heute richtig auf Krawall gebürstet. Ne, du bist richtig. Jetzt haben wir richtig Streit. Du bist einfach... Soll ich den Leuten mal die Auflamme vorletzten zeigen, ja? Vor Mario Party? Soll ich denen das jetzt hier einblenden? Ja, nein. Was war da? Das, was ich dir geschickt habe, worüber wir noch mal gelacht haben. Ich weiß nicht, worüber wir gelacht haben. Diese ein, zwei Minuten, wo wir vor Mario Party uns doch gegenseitig Fake angebieft haben. Ich zeig's denen jetzt. Nein. Ich zeig's denen. Nein. Dein lauf ich dich mal richtig. Zeig's nicht. Ich blende es jetzt ein. Du sagst ja bekündig. Halt die ***, ich verprügel dich gleich. Also, sorry. Wie denn? Wie denn? Mit deinen Spinnenhänden? Ja. Ja. Richtig. Von seinem ***. Von seinem ***. Jetzt hör doch mal auf so zu reden. Das ist wirklich ekelhaft von dir. Ich weiß. Was? Aber du schämst dich. Kommst du auch mal drauf oder spielst du hier alleine? Ja. Ich weiß echt nicht mehr, was der genau war. Ja, das Buller-Gag einfach. Also, ich hab das mal gehört, war Comedy Gold. So wie immer. Endlich mal lustig, die beiden. Ja. Oh, das war ein großer... Oh, das war aber sehr dumm von mir. Was hab ich mir denn jetzt dabei gedacht? Mhm. Mhm. Na gut, okay. Gut. Danke, Leute. Bitte. Aber hey, so wird der Part noch länger für euch, ne? Pfff. So eine Scheiße hier. Ich hätt erst mal Blöcke holen sollen. Das war so ein großer Fehler von mir. Es tut mir so leid, Palette. Ja. Hab ich doch gesagt. Ich hab jetzt drei Stecks. Ja. Dann mach mal bitte leid dann. Mach du doch leid dann. Also, ich sag mal so 200 Bomer bestimmt. Nein, Mann. Ja, wieso? Du hast schon mal eine Calls dafür. Nicht kacken. Nicht in der Folge. Bitte nicht in meinen Folgen auf Toilette gehen. Ey, das machst du in letzter Zeit so oft, ne? Und die Leute raffen uns nicht mal. Oh ja. Die verstehen nicht mal, was du da machst. Oh ja. Oh ja. Tschakabinga. Wir müssten wirklich eigentlich mal auf Toilette aufnehmen. Nach all den Jahren. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das würde ich sehr begrüßen. Ich weiß. So, ich hole jetzt Steine für uns. Tolle Aufgabe. Auch sehr spaßig. Ja, sehr gut. Finde ich äußerst zufriedenstellend. Ich weiß. Sollte übrigens von Edgar sagen, dass er sehr einsam ist in letzter Zeit. Warum? Weil du nicht mehr mit ihm redest. Das gleiche soll ich dir auch von deiner Mutter sagen. Ich hab grad mit ihr geredet. Das stimmt nicht. Doch. Ne. Das Letzte, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, war, dass ich sie verprügeln werde, wenn ich sie sehe. Okay. Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich irgendwie so die Polizei anrufe? Ne, ne, ne. Ist ja nur Comedy Gold. Ah, okay. Du kennst ja den Kontext nicht. Sie meinte, sie geht jetzt zum Friseur und dann meinte ich nur, ja, wenn du dir wieder einen Pony schneiden lässt, dann verprügel ich dich. Krankenhausreif. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, hab ich gemacht, ja. Und dann hab ich ihr nochmal gedroht. Okay. Also da kenn ich einfach nix mehr. Okay. Merkst du schon, ne, wie gewaltbereit ich geworden bin. Hey ***, rufe 110 an. Oh, scheiße. Hä, wenn du eine Siri da hast, dann, ja, das, ähm, vielleicht sollten wir das eine Wort rauszensieren, dass es nicht bei allen Leuten losgeht. Ich glaub, der fragt nochmal, ob sie sich sicher sind. Nein, nein, aber bei den Zuschauern, die das vielleicht laut haben, meine ich. Ah, ja. Ja, das wär blöd, ne? Hey Alexa. Google GLP.tv. Slash Shop. Ob die das rafft? Rafft die, ne? Ja. Die ist ja intelligent, die Frau. Ey, du kannst übrigens hier kommen, ne, falls, ich weiß ja nicht, ob du da nur chillst oder ob du kommst. Leider mein, mein ein Pfeil weggeworfen. Ich hätt dir jetzt so Bock einfach zu schießen. Oh, ja, 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 ja. Du könntest mich hier so runter klatschen. Hm. Oh, hier ist ne kleine, oh ja, hier ist ein kleiner Glowsquid. Oh, hier werd ich gleich nochmal runter tauchen. Ah, ich krieg dich so nicht. Hm. Das war knapp, du kleiner. Ja, okay, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Da lass ich dich nochmal leben. Äh, ich seh halt den gesamten Chunk, der geladen ist. Okay, cool. Was zur Hölle? Aber das macht die, die Mobfarm noch geiler. Och, ist das... Oh man, ey, da haben wir uns wirklich selber übertroffen. Wir sind so gute Spieler. Oh, ich will nicht sterben. Oh, Alter. Uh. Alter, es ist einfach knapp von den Blöcken. Ja, alles klar. Das hab ich nicht kommen sehen. Ein weiteres Mal ist eine einzige Enttäuschung. Ja, was? Vor allen Dingen wird das geile sein, dass meine Leitern vermutlich auch nicht ausreichen werden. Ne, die werden auch nicht reichen. Äh, wo setzt du sie dran? Hier. Ähm... Ja, okay. Okay. Dann mach ich hier so ne Art Plattform-Dingsi. Und von da aus kann man dann mit einer Leiter, äh, Treppe hoch. Ah, so war das. Okay. Da ist der Eingang. Ich verstehe. Hm, hm, hm. Okay. Genau. Und dann landen wir da und dann ist alles tipptopp. Ja. Da ist die Monsterfalle und sie dürfte auch funktionieren. Dann mal reinhauen. Ja. Funktioniert. Und da kommen auch direkt einige. Einige. Wow. Ui. Hä? Mehr. Bitte. Äh. Palette? Ja? Also irgendwie... Ja? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt davon halten soll, von dieser Falle hier. Ne, das wusste ich noch nie, was ich von dieser Falle halten soll. Äh. Ne, du, du, hör auf rumzuheulen. Okay. Ha. Sorry. Hm. Tut mir doch leid. Hallo? Manuel, ich bin fast da. Ja. Ja, ich hab's gesehen, ne? Kommste. Alles gut da? Ja. Nein, was machst du? Nein, 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 nein. Einfach weiter hoch. Hä? Was machst du? Warum machst du das? Ich mach ne Treppe. Hast du keine mehr, oder was? Ähm, Junge, wenn ich noch welche hätte, würde ich natürlich noch weiter nach oben bauen. Au. Du bist ein absoluter Dulli, weiß ich doch nicht. Du bist ein absoluter Dulli. Du bist ein absoluter Dulli. Widerschreit, ey. Ganz im Ernst. Also, ich lass mich scheiden. Das wär schön. Dann kriegst du das Geld, ne? Oh ja. Hallo? Ey, ey! Hör auf! Okay. Äh, nee, ähm, hast du noch Fuckels? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ah! Hast du Fuckeln? Nee. Gar keine. Zwei. Ja, reicht. Dann mach mal einen so mitten in der Treppe und einen oben noch. Okay. Jetzt kann ich hier ganz hoch gehen. Ey, warum? Du musst dir doch auch mal die Treppe dann auch mal angucken, was ich da gebaut hab. Ja. Spitze. So stolz. Einfach stolz bin ich. Ganz toll gemacht. Ah ja, das ist wirklich ne gute Monster-Farm. Da kommt dir ja richtig was runter. Ja, wir müssen halt ein bisschen oben bleiben, damit die auch laden können. Die ist halt wirklich gut. Ja. Mensch, ihr lädt's ja richtig. Junge, warte doch mal. Chill doch mal, ja? Chill doch mal. Ich mach dann nur Spaß. Du chillst jetzt. Ich chill doch auch. Mann, du hast heute aber auch einen Stock im Arsch. Nee. Boah. Ich hab da ganz viel Sch*** da drin, Digga. Watch your language, Mister. Nee, war ja gepiept. So, wenn er jetzt gleich wieder da oben ist, boxe ich ihn wieder. Da kommt er. Machst du mich? Wow, da baut er die Dingens ab. Na klar. Ich hab mich so in einer Stunde, Alter. Das machst du nicht. Hab's. Ist okay jetzt. Ey, bitte. Mann, ich hab keine Lust nochmal eine Stunde hoch zu gehen. Was machst du denn jetzt? Bleibst du jetzt weg, oder? Ey. Alter. Warum bist du denn auch so weit? Ja, weil du mich weggekickt hast. Verstehst du das Konzept, Alter, nicht? Also wirklich, ey. Ey. Wenn ich dein Gesicht schon wieder sehe, ne? Alter. Ja, ich hab keine Blöcke. Ja, schade. Einen Block hab ich. Warte, hier. Warte. Oh Gott, ey. Da sind wirklich Creeper-Geräusche. Ich krieg einfach nur Angst. Was denn? Ach Gott, keine Ahnung, was denn? Stimmt unbegründet, Angst zu haben oder zu lachen. An der Stelle, wenn du mich schon 30 Mal runtergekickt hast. Äh, bitte Abstand. Ich hab wirklich keine Lust, das zu reparieren. Und? Ah, Falle. Danke. Wir haben aber Schwarzpulver. Ja. Ja, also sinnvoll ist es definitiv, weil wir dann TNT machen können für die Hölle. Für, wie heißt das nochmal? Dieses Schrott? Ja, antiken Schrott. Ah, antiken, genau. Genau das. Ja, siehst du? Guck mal, da kommen welche. Siehst du das? Doch, aber mittlerweile, wir sind doch jetzt in der 1.18. Ja. Gibt's da nicht bessere Sachen? Ja, klar gibt's das. Ah, okay. Zum Beispiel das, was wir in der Base haben. Die EP-Farm. Ja. Die war doch ultra gut. Nee. Wenn sie mal laufen würde, wäre die ultra gut. Doch. Ja, aber was war denn da? Was ist denn der Fehler da? Pff, muss mir nochmal angucken. Keine Ahnung. Also, eigentlich geht beides. Ich hab's mir ja schon angeschaut. Mhm. Kommt noch mal welche, oder? Hallo? Olaf. Olaf von Opfer. Den hab ich hier irgendwann eingesperrt, damit der nochmal die ganzen Zombies hier in die Mitte lockt. Den hab ich ja komplett vergessen. Ey, aber warum hat's denn Olaf nicht erwischt? Ja, weil jeder den vergessen hat. Selbst der Minecraft-Gott. Mhm. Keine Ahnung. Alter. Alter. Ich glaub, der ist nicht so mächtig wie alle immer. Das kannst du keinem erzählen. Der, einfach Olaf. Das ist immer der, also das ist wirklich ein Plot-Twist für mich. Junge, ey. So ein Opfer. Und der handelt halt auch nur Müll. Ja. Er heißt ja nicht umsonst Olaf von Opfer. Naja. Wundert mich auch nicht. Aber ich, ich hab ein Geschenk für dich. Für mich? Ja, ja. Ich hab deine Familie, ähm, besucht und die hat mir das da gegeben. Das ist nicht nett. Wirfst du grad deine... Okay. Na gut. Bisschen krank, aber ist okay. Ich stell mich jetzt einfach mal hier hin und hoffe mal, dass der Creeper hier nicht gleich zündet. Naja. Naja. Das Spiel können auch zwei Leute spielen. Hä? Das Spiel, was du da die ganze Zeit spielst, spiel ich nie. Doch. Nee. Doch, du machst immer nur Quatsch. Kann da jetzt mal einer runterkommen? Was ist denn da los? Olaf ist das Problem. Nicht die Falle. Machen wir Weitsprung? Nee. Ich will hier oben bleiben. Mann, bist du lang und lang. Hallo. Ich bin schon zweimal runtergefallen. Und was sonst so? Hä? Nicht viel. Ich bestell mir Essen. Oh, was denn? Weiß ich noch nicht. Aber ich hab sehr großen Hunger. Hör auf! Wee! Wee! Ich sterbe. Ich sterbe. Wee! Hab ich gesehen. Okay, ich werd jetzt die ganze, ich werd wieder die ganze Brücke abbauen. Die ganzen Leitern. Das sind meine Leiter. Wie so ein Dreijähriger. Das sind meine Leiter. Ich mach das jetzt. Siehst du, was du davon hast? Die eine, zwei, drei, alle abgebaut. Oh! Alter! Du bist echt, weißt du? Ich bin Verräter, ne? Ist schon echt widerlich. Du bist echt ein richtig Ekelhafter. Ja, das stimmt. Da muss er recht geben. Jetzt hast du mich noch öfter runtergeschubst. Und du hast sogar noch aus meinen Verwandten Kuchen gemacht. Kuchen gemacht, ja. Aber nee, 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 nee. Der Plot ist schon ein bisschen anders, ne? Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nur gekauft. Denn, wer war das denn überhaupt? Achso, Bob. Bob hat deine Eltern verkauft. Oder deine Family. Ich hab's halt nur, ich hab ihm nur Geld dafür gegeben. Hallo? Ja, schön. Ja, nee, also da bin ich jetzt nicht schuldig. Ich bin unschuldig. Hallo? Ja. Hä? Hä? Was machst du denn da? Ich verschöne das Ganze. Achso, ja, danke. Gut. Freut mich. Ich muss auch sagen, ich bin begeistert von der Falle hier oben. Ähm. Ich finde, das ist mit einer der besten Sachen, die jemals erschaffen wurden. Das stimmt. Möchte ich da ein bisschen Lackasmus raus? Nein. Ein bisschen? Mann. Warum ist sie denn so schlecht? Weil sie von dir ist. Das kann sein, ja. Upsi. Ja. Aber weißt du was? Ich hör jetzt hier die Folge auf. Die war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ähm. Springst du noch runter? Nee, bin ich schon. Haben die schon alles gesehen. Bewertet sehr gerne das Video. Guckt auch in die Beschreibung. Da ist Paluten verlinkt. Da gibt's morgen die nächste Folge. Abonniert beide Kanäle. Aktiviert die geile Glocke. Bis Daniel. Euer sehr stolzer, weil die Maschinerie hier ist wirklich toll, Manuel. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.